Yo Leute, was geht ab? Herzlich Willkommen zum Duo Escape Room Red vs Blue. Ich bin Blau und ich hab den roten Freund gesucht. Roter Freund, hallo. Hallo, ich bin der roter Freund. Darum schaut das Video bis zum Schluss, wenn ihr sehen wollt, wer von uns beiden besser abscheidet. Ich mein, das ist Teamwork, aber ich will besser sein als er. Lasst einen Like an und da checkt Polly ab und viel Spaß beim Video. Ich hab nen Fisch. Ich auch. Ich ess den. Äh... Verlöchtung. Ich hab noch nen Fisch. Okay, Tür aufmachen. Ich hab noch ein bisschen, damit ich ihn wieder essen kann. Mann, ich hab Hunger, Mann. Ich hab auch Hunger, Mann. Jetzt brauch ich aber nen Eisfisch. Achso, den hab ich hier. Gib mir deinen Fisch. Ich hab Fisch gegeben. Okay, weiter. Hallo. Bitte, bleib da. Was denn? Ich brauch auch Fisch. Ach du brauchst auch? Brauchst du meinen? Ja. Ah, sag das doch, Mann. Das kann ich doch nicht wissen. Ich hab ihn wieder gegessen. Äh... Was denn? Hier. Polly. Mann. Fang! Du musst besser werfen. Ich hab ihn dir ins Gesicht geworfen, was für du musst besser werfen. Hahaha. Oh, ich hab hier die Anleitung für deinen Labyrinth. Use the Controller to return to the start if you get lost. Okay. Wir machen Linksmeter. Immer links halten. Weil ich glaub das ist das Beste. Und hier ist die Sackkasse. Nevermind. Okay, ich hab hier die Anleitung. Du musst... Geh zum Start wieder. Okay, ich geh zum Start wieder. Ich geh zum Start wieder. Bin am Start. Okay, dann laufst du geradeaus, bis du nicht mehr laufen kannst. Mhm. Dann rechts ganz weit. Okay. Ja, jetzt. Geradeaus. Geht nicht. Links oder rechts? Also rechts und dann links. Rechts, links, ja. Dann... Geradeaus rechts. Rechts. Also geradeaus. Ja. Links, ja. Dann wieder... Dann ist hier so ein Zickzack. Vorne, ja. Dann links und vorne links. Vorne links. Also muss ich jetzt hier runter. Okay. Und jetzt? Lauf ich hier lang. Jetzt hab ich eine Abbiegung. Links oder geradeaus? Äh... Hier ist immer links Meter. Okay, also dann muss ich wieder zurück, weil ich bin rechts gegangen. Links Meter. Links halten. Ich geh wieder hier hoch. Ich geh wieder hier runter. Ich bin im Kreis gelaufen. Ich geh einfach nach drei Schnauze. Mir egal. Ich geh einfach... Ich werd's schon finden. Ja. Deine Anleitung ist komplett müh. Wir kommen dann tippt nach 40 Sekunden, aber... Ja, okay. Aber nee. Mir ist hier nichts. Ich lauf die ganze Zeit im Kreis und ich finde nichts. Das ist einfach die Hölle. Ich hasse Maces. Ja. Jetzt geh ich einfach mal hier lang. Gehst du Sackkasse. Alter. Was ist das für ein Labyrinth? Also du hast da ne Karte. Und du hast mich hundertprozentig richtig gelotst. Bist du dir sicher? Ja. Der Start. Nach vorne, rechts. Dann links. Dann links. Dann vorne, links. Ich find's nicht mehr. Ich bin komplett verloren im Lüftungsschacht. Okay. Zehn Sekunden. Dann haben wir irgendeinen Hint. Keine Ahnung, was da hinten bringt. Okay. Okay. Ich kann ihn jetzt vielleicht drücken. Hier geht's nicht lang. Hier geht's auch lang. Hab's gefunden. Easy. Okay. Jetzt, wo ich Hint bekomme. Ich brauch keinen Hint. Kannst du weitergehen oder bist du Dings? Ich bin durch. Okay. Ich hab jetzt hier nen Raum. Da ist Müll. Da ist ein Bild. Da ist ein Bett. Da ist noch ein Bild. Eine Kamera. Eine Zielscheibe. Und ein Ventilator. Ich glaub du musst auf die Zielscheibe. Yes. War richtig. Okay. Okay. Easy going. Wo pflege ich hin? Wo bist du? Hey. Okay. Dropper. Nein. Bin tot. Wer macht denn so nen random Dropper? Ja. Ist so. Aber egal. Easy going. Gar kein Stress. Hä? Level 6? Hä? Egal. Einfach weitergehen. Egal. Wo bist du? Level 7, oder? Das ist Level 7, ja. Da ist ne Banane. Ich brauch Bandagen. Du musst die hier oben durchwerfen. Siehst du hier oben? Ja, aber ich hab... Ah. Interagieren. Ich hab nen Bendenzucker. Ja. Schieß mal zu mir. Oh. Okay. Ich hab's. Okay. Hast du vielleicht irgendwas, womit ich die Banane kriegen kann? Oh. Okay. Ich hab hier so ne Bananenkiste. Und ich hab ne Harpune. Boah, ne Harpune. Die brauch ich. Kannst du mir die geben? Äh. Keine Ahnung wie eigentlich. Was ist denn da unten? Kann ich... Kann ich irgendwie... Oder kannst du mir ne Banane geben? Ne, hier sind nur Harpunen drin. Soll ich irgendwo hinschießen? Ich glaub nicht, dass du das triffst, aber... Versuch mir die mal zuzuwerfen irgendwie. Weil ich brauch die ja. Ich muss mir die Banane holen. Oder? Brauch ich die Banane? Ne. Ich weiß auch nicht. Ich brauch auf jeden Fall... Ah, warte hier. Ich hab hier irgendwas. Gift, Teammate, Harpune. Achso. Hab eine. Easy. Und ich brauch auch irgendeine Banane noch. Ich hab ne Banane jetzt. Ah, die muss ich dir wiedergeben. Die musst du wiedergeben. Warte. Guter Appetit. Zum Glück hast du mich nicht getroffen. Boom. Boom. Hä? Ich hab ein Only Up jetzt hier. Okay. Ich komm halt noch nicht weiter, ne? Du musst mir noch was aufmachen. Ah doch. Ich komm weiter. Ey, Polly, seh dich! Hä? Ich seh dich auch. Wir sind beide zusammen, ja. Wir sind Teamwork Only Up. Und... Easy... Going. Hä? Das ist das leichteste Only Up der Welt. Wer hier runter fällt, ist einfach nur schlecht. Okay, Polly? Okay. Machen wir. Aber das geht... Boah, wie weit noch? Ähm... Das geht aber eigentlich. Jump. Easy. Peasy. Lemon. Squeezy! Okay. Hä? Das ist jetzt mal No Joke, das ist einfach nur Time Race. Das ist ja echt nicht schwer. Obwohl. Ja, ja. Ist nicht schwer. Aber ich bin runtergefallen. Muss ich auf Gelb oder auf Orang? Ich versuch auf Orange. Ja, keine Ahnung. Ich hab's da auch nicht geschafft. Okay. Grün. Dann Blau. Dann Lila. Dann Pink. Okay. Und ich hab's geschafft. Äh! Okay. Dann... Wo bist du hinten? Ich bin oben! Hahahaha! Ich hab'n Jumped Cannon gefunden! Oh mein Gott, hab' ich mir in die Hose geschissen! Komm Polly! Du schaffst das! Genau jetzt zu Lila! Und jetzt zu Pink! Aber zum Glück, das Ding ist, ich stand gerade da und ich hab' geguckt wo ich hin muss und du drückst einfach's. Oh! Das kannst du doch nicht machen! No Doubt! Oh! Ey! Hier sind ganz viele Gegner! Weg, 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 weg! Einer tot! Zweiter tot! Eben, einfach durchgespielt! Noch einer tot! Hit! Hier sind noch zu viele! Oh mein Gott! Der eingesperrte in den Zettel! Tod! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Es sind zu viele! Wir wollen HP! Ich brauch Deckung! Gib mir Deckung! Ich geb dir Deckung! Okay! Ich hab' nur drei Fische! Oh mein Gott! Hä? Oh nein! Ich betur' gleich! Okay! Wir müssen nach vorne hin! Komm! Eins von zwei! Okay! You have to go tough enough and hop bronze! Hä? Oh mein Gott! Achso, du bekommst Fische! Du brauchst Fische! Du musst durch die Ringe und dann bekommst du Fische! Okay! Ich glaub' ich muss durch die blauen, durch die roten, ne? Hä? Easy! Und jetzt? Das ist Skip-Level! 18 Fische! Äh, wie viele hast du? Ich hab' neun! Kann ich mal trocken! Hä? Dann haben wir 18! Gehst du jetzt uns beide auf? Ja! Hä? Hä? Was ist das für ein Escape Room, Digga? Hä? Ich brauch' ne Propgun hier durch! Ich brauch' ein Mais! Ja, ich brauch' glaub' ich erstmal die Propgun! Ja, aber ich hab' keine Propgun! Hast du vielleicht irgendwas, was du mir geben kannst? Ich hab' gar nix! Gar nix! Oh mein Gott! Down! Passiert was bei dir? Down! Ne, der Mais ist hier drin, aber ich komm' ja nicht rein! Up! Passiert jetzt was bei dir? Das ist ein Lüftungsschacht! Du kannst da rein crouchen! Der ist so klein wie... Das Mais? Ich hab' jetzt zwei Knöpfe! Up und Down! Warte, hier ist was! Warte! Fahr' mal hoch! Up! Ich mach' ab! Oh, ich bin oben! Jetpack? Hä? Ich muss hier komplett den Death Front machen! Den Jetpack brauch' ich! Also ich brauch' auch einen! Jetzt! Give Teammate Jetpack! Ja, okay! Wo? Wo, wo, wo? Ey, du musst mich noch runterfahren lassen! Down! Ja, ich hab' den gedroppt anscheinend! Aber wo? Da stand Gift Teammate Jetpack! Dann fahr' mich noch mal hoch! Also ich find' grad bei mir keinen! Ich fahr' hier nochmal hoch! Warte! Ab! Okay! Hier steht's! Musst du vielleicht deinen mir geben! Durch das Loch hier oben! Durch die Kuhle! Ab! Achso, du kannst auch ab und down! Warte, ich hab' hier auch Knöpfe! Ah ja, okay! Mach, mach! Ich muss ab! Ich muss ab! Ab! Okay! Build! Hab' nen Jetpack! Und jetzt brauch' ich ne Prop Gun! Ich fahr' mal da hoch! Ich hab' die Prop Gun! Und die muss ich jetzt dir geben! So! Bitteschön! Ich hab' sie! Fährst du ja down! Perfekt! Okay! Bitteschön! Ich muss hier auch nochmal down fahren! Ich muss auch nochmal down fahren! Okay, warte! Down! Let's go! Ich muss mich jetzt hier in den Apple verwandeln! Und kann hier rein und den Mais holen! Und den Mais brauch' ich jetzt! Den musst du einfach reinwerfen! Genau! Bin weiter! Und du? Okay! Ja, ich auch! Welche Farben? Welche hast du bei dir? Ich hab' Rot, Gelb, Orange, Grün, Blau, Hellblau und Pink! Ich okay! Okay! Hast du ne Tür vor dir? Wenn ja, welche Farbe ist die? Kurz! Ja, okay! Das bringt nichts! Ich hör' mal Pink! Ich bin jetzt Pink! Damit komm' ich nicht durch! Hm! Ich drück' mal Blau! Weil ich bin ja Blau! Welche Farbe hast du nicht? Hast du dunkle? Ah! Ich bin Blau! Du musst Rot nehmen! Du musst Rot nehmen! Wir sind ja Blau und Rot! Weißt du? Stimmt! Dann würdest du ihn machen! Ja, okay! Wir haben 5 Minuten Zeit! Ich hab' hier Michael Myers Klavier! Ich hab' hier ganz viele Buchstaben! Okay! Ich fang' meine Reihe an! Fang' meine Reihe an! Okay! Was brauchst du denn? Was ist denn bei dir auf der Seite? Ich hab' ein Klavier! Was doch? Warte, hier steht was! Ask your partner to look around for the key pattern! Also du musst gucken, wo das Ding ist und be sure to jump and stand in the center of each key! Okay! 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 Ich glaub' ich hab' ne Idee! Mach' mal M! M? Gibt's nicht! M wie Mund! Gibt's nicht! Was gibt's denn für Buchstaben? Es gibt C, D, E, F, G, A, B und A und dieses Hashtag! Okay! Okay! Also im Endeffekt ganz normales Klavier! Da muss ich jetzt so ein Muster finden! Yes! Aber wo ist das? Hier sind verschiedene Farben halt! Ich seh'n grünen Ritter, den gelben Ritter, den blauen Ritter! Aber ich seh' kein Pattern! Oder bin ich dumm? Hm! Ah doch! C, A, G, E! C, A, G schwarz, E ist weiß! E? Nein, C wie Kalle! A wie Apfel, G wie Gustav und ein weißes E! Was ist das Muster? A, G, C, A, G? C, A, G, E! Weiß dann! Hm? Ich glaub' das klang irgendwie falsch! War dir was aufgegangen? Nee, ich kann aber, wenn ich auf diese Schwarzen springen will, dann lösen auch gleichzeitig alle Weißen aus! Hm! Ich will dir sagen, ich würd's machen, aber irgendwie kann ich's nicht machen! Ich bin darauf an, wie du's schaffst! Ja, das geht nicht! Wenn ich auf die Schwarzen springe, dann lösen auch die Weißen aus! Hm! Hast du zweimal C? Ja! Okay, dann sind die Schwarzen dunkle Töne auf der linken Seite und die Weißen hälle Töne auf der rechten Seite! Sprich, du musst C, A und G auf der dunklen Seite, also links drücken und E auf ganz rechts! Zweit rechts, E, wie du findest! E, A, G und? E ganz rechts! Wenn du ganz rechts ein E hast und das weiteste E, was du rechts findest! Ich hab' nur eins! Dann nimm das! E, gegen mich! Ist nix passiert! Hm! Ich hab' auch ganz viele Buchstaben an der Wand! Ich glaube, es ist verbuggt! Quaps sind... Nee, nee, ist nicht verbuggt! Wir haben... Irgendwas haben die Buchstaben auch miteinander zu tun! Ah! Das sind Wörter, glaub' ich! Quads! Maps! Flow! Zay Bink! Cork! Zay Bink! Ich check's nicht! Ich schau' nicht! Hm! Schwierig! Und ich kann auch noch nicht auf die... Hä? C? Bei mir ist ein C gegen... Oh! Komm, warte, warte! C? Sag weiter! C! A! Warte, A! A! Dieses dunkle A! Nee, ein normales A! Aber die ist schwarzes A! Das ist schwarz! Ach so, ja! Ich seh' eh, wenn die weggehen! Jetzt hab' ich gecheckt, wie das geht! Es sind vier Buchstaben! C! A! G! E! Vier Buchstaben! C! A! E! G! Und... Normales E, oder? Warte! Weißes E! Weißes E! Weißes E! Yeah! Let's go! Boah, war das schwierig! Okay, okay! Wir haben's! Wir haben's! Jetzt seh' ich nen Himmel! Und da oben ist ne Kanone und ich komm' da nicht hoch! Hast du irgendwelche versteckten Knöpfe? Ich hab' hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Knöpfe! Warte, ich drück' mal den hier! Ah, okay! Ich fahr' hoch! Ich fahr' hoch! Das ist gut! Das ist gut! Ich muss hoch! Okay! Passt! Okay! Ich hab' nen Hebel! Den drück' ich auch mal! Okay, hier ist ne Wand aufgegangen! Du musst hier nochmal runterfahren! Ich komm' nicht ganz oben! Ich muss auch höher, glaub' ich! Okay, wieder hochfahren! 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 Okay! Wieder hoch! Okay, bei mir ist aber jetzt hier alles zu! Was jetzt? Ja, dann musst du wieder runter! Unten sind noch andere Sachen und weiße! Ich kann nur weiße Sachen verschieben! Ja, aber ich seh' halt nix anderes mehr! Also, ich... Ah! Ja, hier weiter unten noch! Jetzt hat sich da was geöffnet! Ah, ja, hier! Hier ist noch was Weißes! Drück' mal den nächsten Knopf! Ah, nein! Du musst eins weiter runter noch! Ja, noch eins weiter runter! Okay! Ja! Den eins drüber jetzt! Da komm' ich nicht hin! Ich kann die Klettern hochfahren! Okay, ja, bin ich! Nächster! Kann ich den hier runterfahren? Okay, jetzt ist wahrscheinlich ganz rechts der! Der ist der falsche! Ganz rechts vor mir! Ah, ja! Warte! Ich hab' den! Ne, nicht der! Der hier! Der ist es genau! Und da ist die Decke! Ah, jetzt hab' ich den Hebel! Warte! Hebel betätigen! Hab' ich! Okay! Ja, jetzt ist deine Wand auf! Jetzt müssen wir runter! Bin ich! Und... Wieder hoch her! Warte! Ich fahr' dich wieder hoch! Fahr' mich 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 hoch! Ah! Nein! Nein! Ah! Fahr' runter! Ich kann die nichts machen! Fahr' runter! Ich hab' keine Option! Wenn ich sterbe, dann für die Wissenschaft! Für Fortnite! Ich überleb' das! Wild! Okay, wir können hochfahren! Jetzt musst du in den mittleren rein! Den? Ne, da war ich gerade! Der hier! Ja, nein! Nein, da ist es richtig! Okay, dann fahren wir runter! Ja! Sorry! Sorry! Für Fortnite! Ja! Ich weiß nicht, Polly! Du bist Polly! Weißt du? Hä? Okay! Und jetzt kann ich dich hochfahren! Fahr' mich hoch! Fahr' mich hoch! Fahr' mich hoch! Was ist ein Bogen? Du musst... Ah! Du musst jetzt... Ah! Ich kann aber nicht durchschießen! Das ist ein Glas schießen! Da ist ein Glas oben! Ich glaub' du musst... Wie komm' ich dahin? Du musst es wieder... Komm' nicht rumdecken! Alter! Okay! Fahr' runter! Ich bin jetzt rechts hoch! Achtung! Da kommt der von oben! Okay! Ich bin drauf! Kann ich wieder hochfahren! Hoch! Yes! Ah, da! Jetzt ist... Zerschießen! Keine Ahnung! Das ist schon kaputt! Ich muss nur durchschießen! Boom! Oh! Let's go! Okay! Ich hab' hier wieder Farben! Schwarz! Also... Ne! Blau! Ich hab' blau! Grün! Gelb! Orange! Rot! Oh! Grün! Gelb! Orange! Blau ist nichts! Ich hab' blau rückt! Ich hab' blau rückt! Ich drück' grün! Ich drück' gelb! Nee! Gelb! Warte! Gelb! Okay! Jetzt drück' mal noch eins! Orange! Orange! Rot! Ja! Rot war's richtig! Okay! Jetzt noch mal Rot! Und jetzt das erste, was du gedrückt hast! Blau! Okay! Perfekt! Blau! Und jetzt gelb, glaub' ich, war's! Gelb! Nee! Dann... Grün! Ja! Warte! Wo muss ich hin? Ich glaub' ich muss hier springen! Warte kurz! Orange! Okay! Drück' mal blau nochmal! Blau! Ja! War richtig! Jetzt nochmal... Gelb, glaub' ich war das! Gelb! Nicht gelb! Nee! Orange! Nee! Grün! Ja! Grün war's! Okay! Let's go! Kann ich klettern? Ja, ich kann klettern! Weiß ich nicht! Okay! Jetzt nochmal grün und dann orange! Grün! Orange! Let's go! Okay! Ich muss hier... Ich muss hier wieder... Oh! Orange! 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 Nein! Orange halt! Orange! Oh mein Gott! Wenn ich das jetzt verkackt hätte... Ah! Dann wird's weiter! Okay! Ich seh' nichts! Gib mir Farben! Seh' nur Lava! Ich drück' blau! Nee! Blau ist falsch! Drück' noch was anderes! Grün! Auch was anderes! Gelb! Auch was anderes! Orange! Nee! Ich glaub' es ist rot! Rot! Hä?! Ich check's dich! Drück' nochmal blau! Das ist blau! Ah! Jetzt! Ja! Okay! Nochmal! Was? Blau! Nee! Das hast du zuletzt drückt! Obwohl ich überhaupt bewegt hatte mit! Ich hab' alles gedrückt! Ah! Genau das! Was war das? Grün! Drück' orange! Okay! Orange ist richtig! Drück' nochmal orange! Mhm! Drück' blau! Okay! Drück' nochmal blau! Boah! Ich glaub' ich muss da rüberspringen! Ah! Okay! Drück' mal blau! Drück' mal orange! Grün! Gelb! Gelb! Okay! Komm' ich da hoch? Gelb! Ich komm' da hoch! Ja! Du kannst klettern! Okay! Nochmal gelb! Oha! Okay! Und rot! Oh mein Gott! Was? Okay! Nochmal rot! Oh mein Gott! Nochmal rot! Sprung! Ja! Okay! Blau! Alter Vater! Ist das ein ekligger Sprung! Blau! Äh! Grün! Glaube ich! Grün! Glaub ich! Nein! Dann orange! Gelb! Gelb war's! Gelb war's! Nochmal! Alter! Ist das ein ekligger Sprung! Okay! Drück' jetzt nochmal das Schwere! Welches war das? Ach! Das ist so dumm! Mann! Man nimmt keinen Schwung mit! Ja! Okay! Mach' nochmal! Ja! Ich bin gerade ein bisschen dumm! Alles gut! Nächste! Nein! Das ist nicht blau! Das andere! Ey! Das war ganz aggressiv! Nein! Nicht das! Das ist einfach blau! Drück' orange! Okay! Okay! Blau! Digga! Dass das jetzt so an mir scheitert, ist grad richtig peinlich irgendwie! Nochmal blau! Dann gelb! Okay! Gelb! Dann rot! Das Schwierige! Drück' rot! Also! Jetzt nochmal, weil's dir von's Will kommen muss! Okay! Okay! Und jetzt drück' rot! Okay! Ich hab's! Oh! Mein Gott, Kalle! Alter! Seine Geburt! Okay! Okay! Ich hab' hier ganz viele Zahlen in rosa und blau! Ja! Same! Same! Zahlen hast du! Ganz links einfach! Okay! 4! 1! 7! 5! 1! 6! 5! 6! 4! 0! 2! 9! 7! 8! 3! 2! 0! 0! 3! 8! Richtig? Ja! Ja! Drück' du mal alle roten Zahlen bzw. pinken! Ich drück' alle blauen Zahlen! Dann gibt's ja interagieren! Ja! Soll ich pink drücken? Ja! Die pinken! Weil ich bin ja auch ob jetzt nicht blau und du bist ja dann was überbleibt! Passiert was bei... Drück' mal die blaue 2! Naja... Hab' ich! Bei mir ist hier so Wassertanks und da ist ne blaue 2 und ne pinke 5! Guck' mal in den Wassertank rein, welche Zahlen du siehst! Pinke 5! Oh! Das ist passiert! Treppe! Blaue 2! Was ist bei dir im Wasser? Was ist bei dir im Wasser? Ich hab' die Wassertanks jetzt erst bekommen! Warte! Ich guck' kurz! Äh... Da sind Zahlen drinne! Zwei Stück! In jedem Tank eine! Ich seh' hier keine! Ah! Null! Aber ich glaub' das ist pink! In welchem Tank? Im pinken! Null, ja! Und blauen ist 8! Null und 8! Hab' ich! Hab' mir jetzt auch Bingen gemacht! Hab' ne Treppe! Ah, es geht weiter! Hier, du musst hier rein! Zu mir! Ah! Das geht, Polly! Das geht, Kerl! Okay, ich hab' ne Waffe! Bei mir ist ne Zahl an der Wand! Hier! Und ich hab' ne Waffe! Die hab' ich dir gegeben! Die hab' ich dir gegeben! Drei! Du musst drei! Also bei mir ist ne 6! Oder ne 9! Und ne 4! Drei und 5 und 1! Bei mir! Okay! Drei, 5 und 1! Mhm! Drei, 5 und 1! Dann schieß' mal auf die 1 und auf die 3! Hast du keine 2? Ne, ich hab' ne 2! Stopp, stopp! Schieß' auf die 1 und gib mir die Waffe wieder! Hab' ich! Nur auf die 1? Ja! Okay, dann schieß' ich auf die 2! Ich geh' auch als einziges weg! Zwei! Du bist dran! Auf was? Drei! Achso, drei! Das ist das Zahlenkombi! Ah, gerade der Brain! Äh, wo war meine 4? 4! Boom! Easy! Und 5! Hier oben! Okay, gib mir wieder! Ich hab' noch die 6! Hast du noch? Ich hab' ein Fußballtor! Musst du ein Tor schießen vielleicht? Ja! Ich hab' den Ball! Ich hab' den Ball! Musst du mir rübergehen durchs Loch! So, hier ist der Ball! Nein! Ich! Komm' nicht rein da! Und! Ah! Bitteschön! Schade! Okay! Schieß' ein Tor, Polly! Ich hab' ein Tor geschossen! Wuh! Schwellmeister! Okay! Level 18! Grafziele gelaufen! Ich muss mir nochmal solche Dinge erschießen! Niemals! Ich reffer' durch! Ah! 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 bei Level 19 angekommen, aber ich würde sagen, den Rest könnt ihr selbst spielen. Das Level ist sehr eklig mit, da muss er einen Freund lotsen und sowas. Darum geht auf gar keinen Fall. Blau geht in Rot. Rot ist Witzer. Wenn es euch gefallen hat, lasst euch das Check Poly up und bis zum nächsten Mal. Euer Kalle. Ciao.